Weisung, Fahrtberechtigung für Flüchtlinge kostenlos. Die Echtheit dieser Weisung, ja, die habe ich versucht herauszufinden, beziehungsweise wer sollte denn hier Interesse haben, auch das herauszufinden, wenn hier kostenlos Leute fahren mit der Bahn. Außerdem, OB, Feldmann in Frankfurt, Neues aus Shithole Hessen. Hallo, hier ist Wim, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Es geht um die Verkehrsbetriebe Rhein-Neckar VRN. Vielleicht musst du auch bald wieder eine Monatskarte lösen und fragst dich, warum das alles so teuer ist. Ja, ich habe aufgrund dieser Weisung, mutmaßlichen Weisung, muss ich sagen, habe ich mal angerufen, um beizutragen, inwieweit dies echt ist oder nicht. Und ja, dieser Herr vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar, er sagte mir, ja, ich sei nicht der Einzige, es sei viel los. Und von daher, ja, ihm ist diese Lage bekannt, dass das kursiert. Ihm ist das sehr bewusst. Allerdings habe ich keine Pressemitteilung darüber gefunden. Naja, er meinte, bevor ich es vergesse zu sagen, ja, wenn sie da was rausgefunden hätten, dann würden sie das schon veröffentlichen. Naja, ich habe bei anderen Gelegenheiten ähnlicher Art jetzt nicht erfahren, dass derartige Pressemitteilungen dann doch noch irgendwie veröffentlicht wurden. Aber ich lasse mich eines Besseren gerne belehren. Also, er sagte mir, ja, bitte recherchieren Sie gründlich und sorgfältig, ob das echt ist. Und das sagte er zweimal zu mir aus meiner Erinnerung nach. Und irgendwann kam ja dann, Mensch, warum recherchiert er denn nicht selbst? Und findet heraus, ob das hier echt ist, ja, ob das hier echt ist. Also, es geht um den VRN, den Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Und das ist ungefähr so strukturiert, dass man das mal sieht, ja. Also, hier sind die drei Bundesländer, hauptsächlich Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen eben und dann eben noch weitere Kreise, so nennt sich das, und Städte. Und die haben sich zusammengeschlossen zu einer, ja, zu einem Zweckverband. Und da wiederum ist eine GmbH entstanden, VRN. Und hier dieses, eines dieser 50 Verkehrsbetriebe, die da hätte in Heidelberg einer diese Weisung veröffentlicht. So ist die Vermutung. Und das habe ich versucht rauszufinden. Allerdings, als ich dann näher gefragt habe, ja, wie recherchieren Sie denn jetzt, haben Sie denn da jetzt angerufen? Dort. Wollte er mir nicht sagen, ob er jetzt angerufen hat für seine Recherche? Weil, ja, ich habe gesagt, warum recherchieren Sie denn nicht? Und dann habe ich gefragt, haben Sie eine E-Mail geschrieben? Nein, wollte er mir auch nicht sagen, ob er eine E-Mail diesbezüglich geschrieben hat, ob das echt ist. Also, aus meiner Erinnerung zumindest, so zitiere ich hier aus dem Telefonat. Naja, also, aber man sei dran. Ja, also, aber wie genau, das wollte er mir jetzt nicht sagen. Naja, das Ganze ist nicht neu mit dem Schwarzfahren, dem Schwarzfahren von Arabern und Schwarzen. Kleines Wortspiel am Rande. Also, von der Art von Flüchtlingen, sogenannten, die hier meistens herkommen. Ja, das ist ja unbestreitbar, dass die Art der Personen, die hier herkommen, ja, aus, nicht nur aus Syrien kommen, sondern auch, ja, verschiedener, ja, aus einschlägigen Regionen. Und das sind keine Südländer, so wie Spanier, Griechen oder Portugiesen, Italiener. Nein, 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 Flüchtlinge. Wer ist alles Flüchtling? Nochmal zur Erinnerung. Jeder, der seinen Pass wegwirft und Asyl ruft. Auch Wirtschaftsflüchtlinge, Klimaflüchtlinge und so weiter. Das alles ist geplant oder ist schon umgesetzt. Ja, also die Umvolkung wird in voller Härte geführt. Ich verwende dieses Wort Umvolkung nur, nur und nur deswegen, weil dies der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert ebenfalls verwendet hat am 10. November. Er sagte vielleicht vorab, sage ich das schon mal, Umvolkung muss konkret werden. Am 10. November. Und ja, das gehört wohl dazu, dass die sogenannten Einwanderer, ja, oder Migranten auf, in, übersetzt, also die Einwanderer, dass die eben hier umsonst fahren dürfen. Und der Steuerzahler zahlt das oder die anderen Fahrgäste. Naja, also im Oktober 2015 war bereits schon einmal ein Artikel von vielen, aber damals schon 2015 im Oktober. Hier hieß es in der hessischen Niedersächsischen Allgemeine, Zitat, Wenn die Flüchtlinge erwischt werden, müssen sie die Bahn verlassen. Sie würden aber nicht aufgeschrieben und müssten nicht 60 Euro Bußgeld bezahlen, Zitat Ende. Also das war damals, wie das alles sich weiterentwickelt hat. Tja, also auf jeden Fall sagten, dass die Kontrolleure, ja, also die Oberste damals, die sagte was anderes. Ich will das nur als Fall verwenden für den aktuellen Fall, nur zur Erinnerung und zur, ja, zur allgemeinen Einordnung. Andere Fahrgäste, Zitat, würden die Kontrolleure wiederum als Unmenschen bezeichnen. Also es gibt auch tatsächlich Menschen, die meinen, dass man Unmensch sei, wenn man, ja, den Fahrpreis verlangt. Dann gab es eine Aktion damals, 2015, wie gesagt, da hatte man dann Handzettel verteilt, wie man Fahrkarten verkauft. Einige Flüchtlinge, Zitat, seien sehr dankbar, wenn man ihnen zeige, wie sie sich eine Fahrkarte kaufen könnten. Zitat Ende. Ja, also wir müssen nur Informationen, es braucht nur mehr Informationen, ja. Und der Clou bei der Sache ist ja, dass die genau wissen, dass das gegen das Gleichbehandlungs, dass das gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung verstößt natürlich. Aber man will es nicht zugeben und so eine Weisung, wenn die tatsächlich sich als echt herausstellen würde. Ja, der Herr VRN ist ja leider betroffen. Ja, ich tue mir wirklich leid. Aber allerdings, es wirkt auf mich so, es ist nur die Wirkung. Man hat nicht so recht Interesse daran. So habe ich den Eindruck, es ist nur ein Eindruck, wie gesagt, es ist keine Feststellung, nur ein Eindruck. Man hat nicht so das Interesse daran, das aufzuklären, ja. Ich meine, es hätte ja nur mal anrufen brauchen und fragen, Mensch, Leute, ja. Aber diese Antwort habe ich nicht erhalten, dass das falsch sei bei meinem Anruf beim VRN. Ganz anders hat man mir da geantwortet. Man sagte, ich solle recherchieren. Nein, nein, nein. Der VRN selbst muss recherchieren. Das ist meine ganz persönliche Auffassung. Ja, es ist übrigens auch genau der Verkehrsverbund Rhein-Neckar, bei dem auch ein weiterer Verkehrsbetrieb zuletzt in meiner Sendung hier eine Rolle spielte. Und zwar ging es um die, ja, die, wie heißt es, Triebwagenführerscheine. Also ein weiterer Betrieb vom VRN hat diese Triebwagenführerscheine, ja, ausgestellt oder da Ausbildungen gemacht. Das ist meiner Kenntnis nach, zumindest so habe ich es im SWR so verstanden. Also für 20.000 pro Stück bei entsprechenden mangelnden Sprachkenntnissen der Teilnehmer. Und das sei übrigens nicht ganz so einfach, ja. Ja, sonst würde es ja jeder machen. Also man muss Signale beachten und so weiter. Ein Kommentator hat mir übrigens da eben den entsprechenden Hinweis gegeben. Dann noch eine andere Sache nach Frankfurt. Schöne Grüße. OB Feldmann, SPD. Er hat eine Ehefrau in der AWO Arbeiterwohlfahrt, die, so sagt die hessenschau, jetzt heute aktuell einen, ja, zu hoch eingruppiert wurde, zu viel verdient für ihre Position. Und außerdem einen, ja, einen, ja, einen Dienstwagen erhalten habe, der ihr in dieser Position eigentlich gar nicht zustünde. So verstehe ich den Artikel aus der hessenschau. Jetzt sehe ich eben, dass hier der OB Feldmann hier gefällt wird hier und hier gegen ihn geschossen wird. Ja, der Wind hat sich gedreht von CDU, SPD auf CDU, Grüne. Ja, und da gibt es dann eben entsprechend Opfer. Also ich habe noch ein Zitat, Kevin Kühnert von der SPD, von den Jusos. Juso heißt übrigens Jungsozialisten. Das bedeutet Sozialisten. Ja, nur zur Erinnerung, das sind also Sozialisten, selbsternannte Sozialisten, die Jusos, nur am Rande. Also ich habe ein Zitat, welches vermutlich Kevin Kühnert anders verstanden hat, aber es heißt also nicht, dein Haus ist sein Haus. Nein, dieses Zitat von vor, was weiß ich, 2000 Jahren heißt, mein Haus ist dein Haus. Und das ist eine freiwillige Sache. Ja, eine freiwillige Sache. Wie gesagt, das Zitat, das Vorangegangene, weder das eine noch das andere stammt von Kevin Kühnert. Ja, und hier noch eine Info zu meinem Telegram-Kanal. Bitte besuche diesen Telegram-Kanal und ich werde Werbung machen dafür, bis ihr Kopf steht. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.